So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen XRP Update Video und ja, ihr habt richtig gelesen, ich habe XRP gekauft. Bisschen verwunderlich, weil ich normalerweise immer eine negative Einstellung gegenüber XRP habe, aber durch diesen ganzen Crash, den wir jetzt komplett am Kryptomarkt haben, habe ich ein bisschen nachgekauft. Warum, wieso, weshalb werde ich euch auf jeden Fall im heutigen Update Video nochmal ein bisschen genauer aufzeigen, auch wohin die Reise gehen könnte, wo ich die nächsten Tranchen möglicherweise auch kaufen werde. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, aber bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal schon mal, damit ihr nichts mehr verpasst und kommt gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr kostenlos in der Videobeschreibung und wenn ihr noch eine Börse zum Traden, zum Spot kaufen und sowas sucht, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen, dort auch ordentlich Boni momentan, die ihr da auch abgreifen könnt. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber direkt rein in das Video XRP, nämlich momentan bei 40 US-Dollar-Cent und damit haben wir eigentlich schon die erste Kaufzone meiner Meinung nach jetzt erst einmal erreicht. Wir befinden uns hier auf dem Daily-Timeframe und ich habe euch ja die letzten Wochen immer wieder gesagt, wir haben hier größere Punkte, die es auf jeden Fall noch abzuholen gilt. Das war einmal dieser Wig hier drüben und dieser Wig. Und wer sich ans letzte Video noch von letzter Woche erinnern kann, da habe ich dazu gesagt, dass wir immer wieder diese gleichen Muster haben. Wir haben immer wieder diese großen Wigs, Dochte, wie ihr sie auch immer nennen möchtet bei XRP, die früher oder später immer abgeholt werden. Aber das ist ein Muster, das zieht sich durch den ganzen Kryptomarkt. Immer solche Wigs werden meistens immer aufgefüllt, früher oder später. Das kann nach oben sein, das kann aber auch nach unten sein. Nur bei XRP oder der gesamte Markt war eigentlich darauf vorbereitet, dass es nochmal eine Etage tiefer geht. Und es nähert sich immer wieder hier vor allem bei XRP eben dieses Muster, dass wir lange Dochte mit neun langen Dochten wieder füllen. Und vor allem auf dem Daily-Chart ist es sehr, sehr interessant. Wir haben nämlich jetzt auch hier, wir hatten einen Wig bis hier unten auf 0,38 US-Dollar-Cent, der jetzt langsam hier wieder aufgekauft wird. Mal gucken, wie groß dieser noch wird. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass wir wieder diese Dimensionen hier erreichen werden. Also das heißt hier über, wir können uns das mal prozentual angucken, hier wurde der Dochte dann aufgekauft von knapp 20%. Sehr, sehr hoch. Solche Dinger werden früher oder später gefüllt. In dem Zeitpunkt waren es damals 14%. Und ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass das hier auch wieder der Fall wird, weil dann kann es nämlich sehr, sehr gut sein, dass wir nochmal eine Etage tiefer gehen. Warum habe ich jetzt gekauft? Das so mal vorneweg. Also natürlich, wir haben diesen großen Trend hier erst einmal gebrochen. Diese Linie können wir uns sparen. Die haben wir nämlich schon länger jetzt gebrochen. Wir haben aber auf Daily-Sicht jetzt erst einmal diese Ineffizienz hier in diesem Bereich bei 40 US-Dollar-Cent gebrochen. Das war so die erste Kaufzone. Könnt ihr euch vielleicht auch daran erinnern. 40 US-Dollar-Cent, also genau jetzt. Das ist so mein Nachkaufpunkt. Ich habe 25% nochmal nachgekauft. Der nächste würde dann hier unten, und das ist auch so ein bisschen immer noch so mein Worst-Case-Szenario, hier unten bei 30 US-Dollar-Cent liegen. Warum? Auch hier können wir uns das Ganze mal wieder ein bisschen genauer angucken. Vom Prozentualen haben wir hier unten auf Daily-Sicht auch noch einen WIC mit 11% liegen. Ist zwar nur die Hälfte von dem, was wir hier oben mal hatten, trotzdem für einen weiteren Nachkaufpunkt ist es meiner Meinung nach hier unten gut. Das Ding ist, ihr wisst, ich rede immer ziemlich beschissen über XRP. Ihr kennt meine negative Meinung dazu. Alles schön und gut. Ich stehe auch dazu. Ich bin auch weiterhin kein Fan von XRP. Nur ist es meiner Meinung nach trotzdem falsch, es nicht im Portfolio zu haben. Nur weil ich immer negative Berichte mache, auch was News-technisch angeht oder sonst was, würde ich jetzt nicht behaupten, dass es nicht in jedes Portfolio gehört. Man kann es beimischen und deswegen habe ich auch hier wieder nachgekauft. Nur bin ich halt immer der Meinung nach 100% und das hatten wir jetzt schon des Öfteren bei XRP, dass wir diese rapiden Pumps hatten. Vor allem, wenn es immer irgendwelche SEC-Entscheidungen gab oder jetzt möglicherweise irgendwann mal ein ETF kommen sollte. Wer weiß das schon. Bieten sich hier möglicherweise wirklich gute Kaufgelegenheiten. Natürlich muss man dazu sagen, auch wenn man jetzt kauft, das Risiko, dass wir nochmal einen 30% Dump sehen, ist da. Ja, weil ich auch bei Bitcoin noch die Möglichkeit sehe, dass wir nochmal zwischen 40.000 und 44.000 US-Dollar im Worst-Case-Szenario wirklich nochmal hinfallen. Also da muss man natürlich jetzt auch bewusst einkaufen. Jetzt nicht sagen, boah, wir gehen jetzt hier all in, ihr werdet nie wieder solche Kurse sehen, da bin ich kein Fan davon. Das wisst ihr. Deswegen habe ich mich auch gesträubt, lange Altcoin-Videos zu machen. Aber human in den Markt reinzugehen und hier jetzt vielleicht eine kleine Tranche von 25% zu kaufen oder nachzukaufen, halte ich jetzt nicht für verkehrt. Und dann hier unten nochmal eine größere Tranche zwischen 25 und 50% hier unten in diesem Kasten ist meiner Meinung nach auch nicht verkehrt. Warum? Weil wir einfach DCA betreiben. Wir versuchen hier nicht auf FOMO-Züge aufzuspringen oder auf irgendwie sonst was. Wir versuchen hier wirklich normale Kaufzonen zu generieren, wo wir auch längerfristig dann profitieren können. Und wenn ihr jetzt hier eine Tranche kauft und da unten, dann habt ihr so ein Average von 35 US-Dollar Cent. Und wer die Bärenmarkt-Videos angeguckt hat, weiß auch, okay, wir waren hier schon öfters oder beziehungsweise haben das meiste auch in diesem Zeitraum hier unten akkumuliert. Das heißt, ihr habt jetzt nochmal die Chance, die ihr vor ein, zwei Jahren hattet, jetzt nochmal möglicherweise hier ein bisschen nachzukaufen, zu akkumulieren, um möglicherweise dann wieder irgendwann mal einen Pump mitzunehmen in Richtung 80 oder 90 US-Dollar Cent. Kann alles kommen, muss nicht kommen, deswegen behutsam in den Markt rein, nicht All-In-XRP, aber behutsam eben in diesen Markt eben reinjumpen. Ansonsten, kurzfristige Timeframes, ich bin momentan kein Fan, hier irgendwie long zu gehen, niemals ins fallende Messer hier reinzugreifen, macht keinen Sinn. Wir müssen jetzt erstmal abwarten, was macht Bitcoin, wie viel gehen wir dort noch runter. Auch da, wie gesagt, sind 20, 30 Prozent auf jeden Fall noch drin, auch wenn wir schon gesamtmarktlich eine 30-prozentige Korrektur haben. Würde ich mich momentan von Altcoin-Trades erst einmal fernhalten, auch wenn der RSI hier wirklich bodenlos ist und mittlerweile mal kurzfristig bei 11 war, heißt es nicht hier reinjumpen, All-In-Long oder sonst was. Behutsam, jetzt erstmal abwarten, was sind so die nächsten Tage, wir haben jetzt außerdem Freitag. Das heißt, auch hier übers Wochenende ist es sehr, sehr gefährlich, jetzt in irgendwelche Trades reinzugehen. Was ich mir vorstellen könnte, wenn wir jetzt mal hier unser FIP-Level ziehen, von unserem Hoch bei 46 US-Dollar Cent bis zu unserem derzeitigen Tief, dass wir hier wirklich nochmal einen kleinen Anstieg sehen, sogar hier hoch in Richtung 45 US-Dollar Cent und von hier aus dann ein tieferes Hoch bilden und dann nochmal einen Abverkauf mit doppeltem Boden sehen. Das wäre jetzt so momentan die Möglichkeit, die ich sehen würde und trade-technisch möglich wäre, aber wie gesagt, jetzt nicht übers Wochenende, frühestens dann nächste Woche. So, ja, ansonsten würde ich sagen, war es das schon für XRP-Update-mäßig. Wie gesagt, es kommen jetzt mehrere Altcoin-Videos und sowas die nächsten Tage auf euch zu. War jetzt vielleicht mal ein bisschen bullischer, vielleicht auch ein bisschen überraschend, aber ich habe es auf jeden Fall ein bisschen nachgekauft, was das hier anbelangt. Und ansonsten würde ich sagen, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, gerne mal eure Preisprognose unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr von XRP jetzt so erwartet. Sehen wir nochmal die 30 Cent oder gehen wir to the moon, wie es viele sagen. Warten wir es ab, gerne unten reinschreiben und damit wünsche ich euch schon mal einen schönen Start ins Wochenende, meine XRP-Freunde da draußen. Wir hören uns dann später noch in einem Altcoin-Video. Ansonsten morgen Bitcoin. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay quiet.